Moin, moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von TheForest. Ja, wir sind heute mal wieder im Livestream, ne, so wie gestern schon mehr oder weniger angekündigt. Und, äh, ich hab mir Stein weggeschmissen, das ist schön, ich mag Stein, ich mag Spatzen und ich hau den Spatzen auf die Nuss, bis die Nüsse aus dem Spatz fallen. Ja. Macht das Sinn? Das macht Sinn, oder? Und woher, und woher weißt du, wann der Spatzen eine Nuss hat? Ähm, ich haue einfach nur männliche Spatzen. Ah, ok. So, soll ich zu dir kommen? Warte, erkennt man was? Ja, wie du willst. Ja, weiß ich nicht, was hast du denn jetzt vor, Patrick? Erzähl doch mal was. Ich hab mal vor, ich will mal die Loks hier verbauen. Ja, dann komm ich mal zu dir. Ich komm mal einfach... Ich weiß nichts, für was die Sticks sind. Huh, hallo, äh, hi, ähm. Ich weiß nicht. Ähm, ist hier irgendwo ein Eingeborenes worden? Ich weiß nicht. Hä? Ich glaub, der hat's bumm gemacht. Der hat's nirgendswo bumm gemacht. Ich weiß nur, dass ich hier ein ganzes Rudel voller Vollspasten um mich drum hab und mich grad nicht wehren kann. Du kannst doch oben bleiben. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Ja, stimmt. Aber bevor du dein Buch abgibst, wird's was besser, oder? Ich mein, bis ich da bin, bist du sicher schon gegessen und verdaut. Das mindestens dreimal. Da muss man ausdäumen. Dort, wo das Niveau ist. Ich hab mich gefesselt und geknebelt im Keller. Boah! Ruhe jetzt hier! Wer war's denn? Kannibale, ein, äh, U-Einwohner? Fünf Stück von der Sorte. So. Ich hoffe, jetzt ist hier erstmal Sense im Karton. So. Ich weiß, was wir noch machen könnten, wenn wir das endlich fertig haben, hier. Okay, geht's nicht aus. Schießen sie los. Äh, wir könnten Map und, also Höhlenkarte und Kompass holen. Können wir machen, ja. Ich seh' irgendwie sehr viele rote Fähnchen. Und sehr wenige grüne Fähnchen. Dachte, die Farben wären jetzt allgemein. Nö, ich seh' ein rotes, also vier rote und ein grünes. Nö, ne, ich mein', die farbigen sind erkundete Höhlen und die weißen nicht. Nö, grüne sind, äh... Nö, das geht ja nicht. Wir haben ja festgestellt das letzte Mal, dass man nicht alle... Also, dass man nicht mehrere gleiche Farben haben kann. Ja, doch, 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 das geht wohl, irgendwie, scheinbar. Weil, wie du siehst, ich sehe da drei rote. Also, ich weiß nicht, ob du auch die Farben hast oder andere Farben eingestellt hast, keine Ahnung. Nö, ja, sie sind alle rötlich, aber jede andere. Also, bei mir nicht. Eine ist rosa, doch. Bei mir ist eine dunkelrot und drei so blass rosa. Ja, das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst. Bei mir sind eher so zwei rosafarbige, eine bisschen heller, andere dunkler. Ja, ich bin halt ein bisschen schwuler als du, kann ich da auch nix für. Das hab ich nie behauptet. Au. Sorry. Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser, Wasser überall. Oh. Doch wir haben nicht zu trinken. Okay, du kannst dich jetzt... Okay. Wenn du jetzt im Teich in die Hockey gehst, brimmst du nicht, du bleibst unter Wasser und hältst die Luft an. Wie nicht gedacht. Faszinierend. Beforderst ja. Wieso bin ich schon wieder am Sinkhole? Wie viele gibt's davon? Eins. Ey, dieser Ausgang da, der ist doch neu, oder nicht? Welcher Ausgang? Achso, wenn du runter schaust? Ja. Das komische Steingebilde? Ja. Oder... Jein. Da waren wir aber letztes Mal bei der letzten Hühnerkundung nicht. Nee, da kommt man irgendwie anders hin, das weiß ich. Aber nicht wie. Das ist schlecht. Hähnchen. Hähnchen? Nö, ich hatte heute schon Hähnchen. War lecker. Nicht Hähnchen, kein Hähnchen. Lecker Hähnchenbrustfilet. Da hat mich ja das Frau auf Idee gebracht. Das haben wir ganz lecker hingekriegt. Musst du mal ausprobieren. So Hühnerstreifen machen und dann anbraten. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und Sweet Chili und Sojasauce ein bisschen. Jo. So haben wir während unserer Diätphase dauernd so gemacht. Ah, das ist super. Nur, dass wir kein Sweet Chili genommen haben, sondern... Das denke ich mir, weil das ist ja relativ... ...richtig reinhaut. Ja, ja, Sweet Chili sind nicht scharf. Sweet Chili sind eben so leicht bekannt. Süß bekannt halt. Jo. Ach, so. Oh, Riti. So, ich glaube, ich bin jetzt gleich irgendwann bei dir. Hoffe ich. Ich laufe hier nämlich schon eine ganze Weile und... ...freu mich. Ich freue mich einfach darüber, dass der Name nicht größer wird. Du freust dich, dass du dich freuen kannst. Das freut dich. Alter, ich... Ich freue mich einfach so hart auf den Urlaub. Das glaubst du einfach gar nicht mehr. Ähm, nee. Das freut mich. Okay, bin zu. Ah, da bist du. Ah, ich glaube, ich sehe das Flugzeug. Oder unser Haus. Oder beides. Ich sehe beides. Das Flugzeug. Uah. Ein Flughaus. Das hat geblinkt, du. So. Ja, irgendwen Koffer aufschlagen. Wer macht das wohl? Ah, der wird der Herr. Moin. Guten Abend. Ich habe den Weg ganz alleine gefunden. Gut, boi. Was soll das für ein Geräusch? Hab ich gerade ein Eischhörnchen weg exekutiert? Ich habe kein Kaninchen getötet, nein. Oh, okay. Dann, äh, du Mörder! Weiß nicht. Achtung, Baum. Bitte? Achtung, Baum. Äh, der fällt ja wirklich genau auf mich. Aber ich war jetzt mutig und bin einfach mal stehen geblieben. Krass, oder? Darkrass, ey. Schon echt hart hier. So. Da hart. Ähm, egal. Hast du schon irgendwo angebaut? Äh, w-w-w. Hast du schon irgendwo angebaut, fragt er. Ähm. Ich stelle die hier rein, ne? Stecken. Joa. Ach, was du nicht lassen kannst. Ich wurde übrigens... Hallo, Darkfinst. Ich wurde übrigens gefragt, wo... Ähm, 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 äh, wo die... Die Modern Axe jetzt zu finden ist, die, äh... Die ist in einer Höhle, natürlich. Wo sonst? Ist eigentlich fast alles in der Höhle. Modern Axe, äh, Rusty Axe. Katana. Fast alles in der Höhle. Der Horst im Forst, der stimmt ja so. Das ist total irritierend. Da sitzt die Frau einfach mal die ganze Zeit neben mir und hört sich ein Geschrei an. Oder... Da schlachten gerade irgendwelche Leute Schweine. Das kann auch sein. Ich glaube, das klingt ähnlich. Oh, hier ist Scheiße. Äh. Modder. Vielmehr. Und ich rube mich ein mit dem braunen Mond... Ist das... Wie viel Energy hast du? Ein Regenbogen! Ein Geräusch. Was war das für ein Geräusch? Ich habe ein Stein ins Wasser geworfen. Hab ich mich jetzt erschrocken. Wenn's das war. Äh, wo ist der Regenbogen hin? Ich hab gerade noch einen Regenbogen gesehen. Ich hab nur ein bisschen nüchtern. Ähm, ja. Weitestgehend. Das ist weitestgehend. Hat das so ein Apfel, der ist gegärt, oder was? Ähm, bestimmt. Da hinten läuft was. Bin ich. Nein. Das bist du nicht. Doch, guck, ich laufe auf dich. Das bist du nicht. Irgendwer hat gespuckt. Das ist der Onkel hier mit seinem Knochen gedönsamen Hals. Also ein Eingeborener. Lebst du in... Oh. Das hab ich abgedreht. Naja, egal. Oh, das ist ja abgedreht. Ich hab... Ähm... Ja. Was denn? Nichts. Das ist übrigens ein Baum. Das ist der Patrick. Der Patrick hat eine Axt. Und mit dieser Axt haut er den Baum links und rechts eine auf die Nase. Denn er mag keine Bäume. Was ist denn das für ein E eigentlich? Ach, guck mal, ein Stein. Bitch. Noch voll in die Visage geschmissen mit Dingen. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Bitte wunderbar. So. Köfferchen hab ich soweit es geht, glaub ich, alle aufgemacht hier, oder? Nein, da liegen noch ein paar Medikamente. Was ist denn der da bleibt jetzt? Hier liegt noch ein Kaninchen, dass ich mir da, äh... Ein Kofferschlag, oder was? Hi, was? Hi, wo? Hi da. Heidi, hi da. Au! Äh... Ich sollte nicht ins Feuer rennen. Ha. Moin. Ähm, was? Genau, Haudenstein, Haudenstein, der hat ja alles... Du kommst ja ohne mich klar, ne? Mit den Eingeborenen. Äh, wenn ich mir sehen würde, ja. Oh, hier ist Essen. Super. Ich kann mich hier wieder durch die ganze Bank durchfressen. Ist das toll. Und Alkohol. Alkohol ist auch super. Also natürlich jetzt gerade nur... Können wir hier noch irgendein... Warte mal. Ich hab jetzt grad eine total romantische Idee hier. Hör mal. Oh, Patrick, du wirst begeistert sein. Du wirst vom Glauben abfallen. Schlag auf Schlag. Wenn ich jetzt gerade mal irgendwo das finden würde, was ich denn so gerne glauben würde. Was wollte ich denn glauben? Eilandsblechle. Das da wollte ich glauben. So, wo sind die anderen zwei Locken? Warte. Das klappt ja hier wieder... Prima. Priste, warte. Ah. Hier könnte man drehen... Ah, mit R. Oh, äh. Feuer vor sie, 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 Feuer vor sie. Sag das noch fünfmal. Wieso hängt der eigentlich so ein Stinkefuß in der Wand? Feuer vor sie. Hat da irgendjemand ein Totem gebaut? Äh. Glaube ja. Ich hab ein Feuer vor sie mit... Ja. Mit dem Stock getötet. Ist das nicht die artgerechte... Hinrichtungsmethode für so ein Feuer vor sie? Nee. Nicht? Hallo, ich hab mit dem Stock erschlagen. Das hätt sie noch mit einem Molotow, äh... Mit dem Stock. Mit dem Stock. Ja. Es wäre merkwürdig gewesen. Naja, der Stock hat gebrannt. Auf jeden Fall. Okay, ja dann, äh... Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Hallo, Mareike. Wir hatten die hässliche Wand hier gebaut. Dafür bin ich aber nicht verantwortlich. Welche? Glaube ich. Das weiß ich nicht. So, ich geh mal speichern. Das ist so schön. Das kann gar nicht von mir sein. Das musst du gewesen sein, Patrick. Ich glaub, da ist ein Vogel ins... Ja. Du weißt, ich baue ja eher so immer ganz hässlich. Alter! Ja? Terrorvögel. Terrorbird halt, ne? Wenn sich die selber entzünden. So. Also, gehen wir jetzt kurz... Ha! Machst du hier? Perfekt! Äh, Herr Scotch, ich wollte das eigentlich nur fertig bauen und dann in die Höhle gehen und nicht erweitern. Das ist perfekt! Guck es dir doch an! Komm, wenn sie... Das ist ein Wunder, ein Traum, das ist ein... Ich habe... Ich träume da schon seit Jahren von... Wie oft muss man eigentlich dagegen schlagen, bis so eine Wand kaputt ist? Was machst du? Ich mach die Wand kaputt. Warum? Weil die voll im Weg hängt hier. Ich komm hier noch nicht hoch. Mein Gott. Hör auf, das zu reparieren! Ich meine das ernst. Das Ding muss weg hier. Was willst du denn machen? Ich wollte... Ich kann auch eine Bombe nehmen. Dann geht es schneller mit dem Abriss. Aber dann ist es ein bisschen unkontrolliert. Ich will diese Wand hier weg haben. Die ist total hässlich. Jetzt hat es ja oben drüber geklappt. Da ist ja jetzt schön. So, jetzt sind es fünf Reparatur-Dinger, die man reinstecken muss. Ich... Ah! Jetzt ist es kaputt. So ist schön. Also, einer hat was losgekriegt? Öh. Brand. So, warte mal. Jetzt kommen wir nämlich hier auf das Dach von dem Flugzeug drauf. Einfach mal so. Ah, der ist am Baum gewesen. Ah, okay. Patrick, also wenn ihr nicht gleich ein bisschen Problematik in Form von... Gangbang am Arbeitsplatz haben willst, dann solltest du vielleicht lieber ins Haus kommen. Ach, watt. Der brennt. Rückhandschelle. Batz. Was für eine Yukon-Schelle? Rückhandschelle. Ach, eine Rückhandschelle, ja. Du musst mal vielleicht mal angehören, Deutsch zu reden. Ich verstehe ja keine Schweine, was du hier mitteilen möchtest. Wenn du in meinem Dialekt einkaufst, kann ich nichts dafür. Was kostet bei dir ein Bier? So, ich würde sagen, wir machen den mal ganz kurz eben für die Folge mal ein ganz gutes kleines Bräuschen. Sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von The Forest wieder. Bis dahin. Alles Gute. Danke schön für's Zuschauen. Und ciao.